Willkommen zurück am Donnerstag. Schön, dass du wieder da bist. Heute mit dem Thema, du kannst es bereits lesen, sei einfach du selbst, dann wird das schon mit Frauen. Ist das Bullshit oder ist das die Wahrheit? Wir wollen heute mal den Mythos sei einfach du selbst klären. Ich möchte dir heute zeigen, ob das Ganze wahr ist, ob das wirklich so einfach ist, der einfache Weg, um erfolgreich bei Frauen zu sein oder ob das vollkommener Quatsch ist und es um was ganz anderes geht. Und wir gucken uns das deswegen an, weil das einer der häufigsten Tipps ist, den zum Beispiel Laien dir mitgeben. Das heißt, wenn du jetzt gute Freunde fragst oder deine Mutter oder wen auch immer, dann werden sie dir wahrscheinlich sagen, ja, sei einfach du selbst, dann wird das schon. Ja, du musst dich nicht verändern, sei einfach du selbst, dann wird das schon mit den Frauen. Ja, das ist das, was die Leute dir dann sagen. Und wir wollen heute mal erklären, ob das wirklich so ist. Aber da zuerst mal die Frage und da möchte ich dir kurz Raum geben, darüber nachzudenken. Was glaubst du? Ist das so oder ist das nicht so? Und Donald Trump wird uns heute durch den ganzen Vortrag begleiten, denn er macht unglaublich gute Mimiken und Gestiken zu perfekt passenden Fragen, wie zum Beispiel, was glaubst du? Also nimm dir ruhig einen Moment Zeit, halt das Video auch gerne an und mach dir kurz mal deine eigenen Gedanken über diese Frage, was glaubst du? Schreib es gerne in die Kommentare. Ich werde nachher noch eine andere kleine Aufgabe für dich haben, die mit den Kommentaren zu tun hat. Aber was glaubst du denn? Halt das Video gerne mal an, mach dir deine Gedanken und dann geht es hier weiter. Also, die Antwort ist, und jetzt hast du dir deine Gedanken darüber gemacht, mal darüber nachgedacht, die Antwort ist, ja, das ist wahr. Sei einfach du selbst und dann wirst du erfolgreich mit Frauen, ist tatsächlich richtig. Jetzt denkst du dir vielleicht, aber warum sind dann so viele Männer so fucking schlecht mit Frauen, so fucking schlecht im Umgang mit Frauen? Und das ist genau das, was ich dir in diesem heutigen Video mal erklären möchte, denn es gibt da eine kleine Sache, die man verstehen muss, ein kleines Geheimnis, dass dir niemand verraten hat, der dir gesagt hat, sei einfach du selbst. Und wenn man das nicht versteht, dann kann man diesen Tipp überhaupt gar nicht anwenden und dann ist er tatsächlich komplett nutzlos. Also, die Männer, die denken, sie sind sie selbst, ja, weil viele Männer sagen dann ja, hey, ich habe das schon probiert, ich war schon nicht selbst, das hat nicht geklappt, jetzt muss ich was anderes probieren. Aber der Witz ist, die Männer, dass sie denken, sie sind sie selbst im Umgang mit Frauen, sind gar nicht sie selbst im Umgang mit Frauen und wissen das nur einfach nicht. Ja, der Donald Trump wieder mit einem großartigen Gesicht, oh mein Gott, dem oh mein Gott Gesicht. Ich glaube, ein Donald Trump Bild habe ich noch für euch. Ganz toll, was der für Gesichter machen kann. Die Männer denken, sie sind sie selbst mit Frauen, sind sie aber gar nicht. Und jetzt könntest du dir denken, ah, da ist der Donald Trump wieder. Hey Tim, was meinst du damit? Wie kann man man selbst sein, aber gleichzeitig nicht man selbst sein? Super verwirrend und auch Donald Trump versteht nicht ganz, was ich hier meine. Und genau das möchte ich dir jetzt mal erklären, denn das ist eine super spannende, super interessante Sache, mit der sich meiner Meinung nach jeder Mann auseinandersetzen sollte, der in irgendeiner Weise mit Frauen zu tun hat. Also schauen wir uns das Ganze mal an. Da bist du dieser rot Mann und du siehst gleich oder wirst gleich sehen, warum ich den rot gemacht habe. Und du bestehst aus mehreren Schichten. Ja und jetzt fragst du dich, was für Schichten sollen das denn sein? Das ist ungefähr so wie die Schicht einer Zwiebel. Das kennst du ja auch. Da kannst du dich so von innen nach außen vorarbeiten und jede Zwiebel hat mehrere Schichten. Ja, eine äußere Schicht und dann immer kleiner werdende innere Schichten. So. Und da siehst du diesen roten Punkt in der Mitte und dieser rote Punkt, das bist tatsächlich du selbst. Das bist du selbst. Jetzt natürlich die Frage, was sind dann diese anderen Schichten um dich herum? Das sind, so nenne ich die und das werde ich dir gleich erklären, sogenannte Verteidigungsschichten. Na, das Blaue ist dann Verteidigungsschicht Nummer 1. Das Grüne ist Verteidigungsschicht Nummer 2. Und da du ja schlau bist und weiterdenken kannst, habe ich nicht weiter aufgeschrieben, dass auch Pink und Gelb die weiteren Verteidigungsschichten sind. Das ist auch nur ein Beispiel. Wie viele Verteidigungsschichten jede Person hat, ist natürlich individuell. Vielleicht hast du mehrere, vielleicht hast du weniger. Und jetzt die Frage, was sind denn diese Verteidigungsschichten? Also ganz wichtig erstmal zu verstehen, du bestehst aus mehreren Schichten und das in der Mitte, das bist du selbst. Alles andere sind Verteidigungsschichten, also nicht du selbst. So, was sind diese Verteidigungsschichten? Beziehungsweise wie entstehen diese Verteidigungsschichten? Es könnte sein, dass jemand zu dir sagt, und das passiert oft gerade so in unserer Kindheit, Jugend, dass so wie du bist, das ist nicht okay. Das hat dann zur Folge, dass du dich änderst, dich anpasst, dich verstellst oder man könnte auch sagen, eine Rolle spielst. Ja, und dann entsteht so eine Verteidigungsschicht. Ja, jemand sagt dir, also so wie du bist, so kann das nicht sein. Oder irgendein Aspekt von dir wird abgelehnt. Entweder bist du vielleicht zu laut, sei nicht so laut, sei nicht so kindisch. Wenn du so bist, wirst du nie erfolgreich. Und das führt dann dazu, dass du eine Rolle spielst. Also du veränderst dich dann, du passt dich an, um Anerkennung der Person zu bekommen. Gerade wenn du jünger bist, passiert das halt, weil du, wenn du jung bist, ja keine Ahnung hast, wie es so in der Welt abgeht. Und deswegen schaust du dich halt um, wie es andere Leute machen. Und wenn dir dann jemand sagt, dem du glaubst, wie zum Beispiel deine Eltern oder andere Autoritätspersonen, ah, du bist zu laut, so kannst du nicht sein, so ist es nicht in Ordnung, so darfst du nicht sein, dann baust du diese Verteidigungsschicht auf und verhältst dich anders, um es der Person recht zu machen und um positives Feedback von der Person zu bekommen. Das ist ganz wichtig zu verstehen und das ist sozusagen der Kern von dem, was ich dir hier erklären möchte. Du bist also niemals wirklich du selbst, außer ganz am Anfang, sondern du baust immer mehr und mit der Zeit immer mehr Verteidigungsschichten auf. Und dann gehst du mit diesen Verteidigungsschichten auf die Frau zu, denkst du bist du selbst und wunderst dich, warum es nicht funktioniert. Und dann kann es zum Beispiel sein, wenn du merkst so, oh nein, so wie ich bis jetzt war, das hat nicht funktioniert. Jetzt werde ich das Arschloch. Und das Arschloch ist nur eine weitere Verteidigungsschicht. Es ist nur wieder ein Versuch, etwas zu ändern, weil das von vorher nicht geklappt hat. Also nehmen wir mal an, das Rote in der Mitte bist einfach du, dann ist da eine blaue Verteidigungsschicht und du merkst, verdammt, mit dieser Verteidigungsschicht klappt es nicht bei Frauen. Es klappt deswegen nicht, weil da halt diese Verteidigungsschicht ist und du nicht du selbst bist. Und dann denkst du dir, okay, jetzt muss ich überkompensieren, jetzt werde ich das Arschloch, weil ich habe gesehen, das Arschloch funktioniert bei Frauen. Und jetzt kommt zum Beispiel diese grüne Verteidigungsschicht dazu, die Arschloch-Verteidigungsschicht. Aber auch das klappt nicht, denn auch das bist ja wieder nicht du selbst. Es ist nur eine weitere Verteidigungsschicht. Und so kann sich das halt immer weiter aufbauen und du denkst halt, du bist du selbst und denkst, so wie ich bin, nehmen die Frauen mich nicht an. Aber du bist halt niemals du selbst. Du bist einfach nur deine Verteidigungsschichten. Das heißt, wenn du wirklich du selbst wärst, hättest du den Erfolg, den du gerne haben würdest. Also ganz wichtig zu verstehen, etwas an dir wird abgelehnt, du kriegst die Nachricht, etwas an dir ist nicht in Ordnung und baust dann diese Verteidigungsschicht auf, spielst eine Rolle, damit du wieder anerkannt wirst. Damit die Leute, die wieder sagen, ja, so ist das jetzt in Ordnung. Sei nicht so kindisch, dann bist du weniger kindisch. Jetzt ist das in Ordnung, so bist du gut. Aber das bist ja nicht mehr du, sondern das ist eine von diesen Verteidigungsschichten, die dafür sorgt, dass die Leute positiv auf dich reagieren oder auf deine Verteidigungsschichten in dem Fall. Die Verteidigungsschichten sind also deine Anpassung an eine Welt, die dir negatives Feedback gibt, mit dem du nicht umgehen kannst. Created by Tim Annewolson. Schön, dass ich auch mal hinter ein schönes Zitat meinen Namen packen konnte, so ganz egomässig. Die Verteidigungsschichten sind deine Anpassung an eine Welt, die dir negatives Feedback gibt, mit dem du nicht umgehen kannst. Und weil du damit nicht umgehen kannst, baust du halt diese Verteidigungsschicht auf, um wieder positives Feedback zu bekommen, bist dann aber nicht mehr du selbst. Das weißt du aber nicht, deswegen denkst du, du bist du selbst. Und kommst dann zu der Schlussfolgerung, ich selbst zu sein, funktioniert bei Frauen nicht. Aber du weißt bereits, du warst niemals du selbst in der Gegenwart von Frauen. Von den Leuten, die ich gecoacht habe, kaum jemand war am Anfang des Coachings eher selbst in der Gegenwart von Frauen. Denn wenn das so gewesen wäre, hätte er keine Probleme mit Frauen gehabt. Und warum das so ist, da kommen wir jetzt gleich zu. Ich möchte das nochmal verdeutlichen mit einer anderen Darstellung. Also nehmen wir mal an, dass diese rote Person, du erinnerst dich an den roten kleinen Kreis, ist das Ziel. Ja, das bist einfach du selbst. Du bist mutig, einzigartig, so wie du bist. Du hast keine Scheu davor, anders zu sein. Du drückst dich mutig aus und du bist einfach so, wie du bist. Manche Leute werden dich mögen, andere werden dich nicht mögen und das ist in Ordnung mit dir. Okay, das ist das Ziel. Du selbst. Der rote Kreis. So, und dann kommt da diese Schicht, die erste Verteidigungsschicht zum Beispiel. Die Rolle, in der dir alles egal ist und in der du dich mit Leuten abgibst, die du eigentlich zum Kotzen findest, damit du einer der coolen bist. Du erinnerst dich, du möchtest kein negatives Feedback mehr, sondern du möchtest positives Feedback und hängst dann zum Beispiel mit coolen Leuten ab, damit du auch einer der coolen bist. Das ist ein Beispiel. Deine Verteidigungsschicht könnte anders aussehen. Das ist eine mögliche erste Verteidigungsschicht. Im Kindergarten oder wo auch immer mögen manche Leute dich nicht, manche mögen dich und du kannst mit dem negativen Feedback nicht umgehen. Also passt du dich an, hängst mit diesen Leuten rum, die du eigentlich voll kacke findest, damit du auch einer der coolen bist und positives Feedback bekommst. Und schon ist die erste Verteidigungsschicht erschaffen. Dann geht es vielleicht weiter und wie gesagt, das sind immer nur Beispiel Verteidigungsschichten. Die zweite Verteidigungsschicht. Das könnte sein, die Rolle, in der du Frauen versuchst, alles recht zu machen, deine Meinung für sie zu verändern, damit du ihnen gefällst oder das andere Extrem machst, das coole Arschloch bist, das alle Frauen vögelt und dann nichts liegen lässt, weil das cool ist und deine Freunde dich dafür feiern. Also das hast du sicherlich auch schon mal gemerkt, wenn du mehr Erfolg mit Frauen hast, wenn du sagst, ja, ich habe tief gefickt und da und ja, mit den Frauen hatte ich was. Die Tendenz anderer Männer ist eher dahin, dass sie dich dafür feiern und das ist dann wieder positives Feedback. Deswegen tendieren manche Männer dazu, das so extrem überzustrapazieren und der coole Typ zu sein, der alle Frauen flach legt. Das bist dann meistens auch nicht du selbst, sondern das ist einfach wieder eine Verteidigungsschicht. Oder du versuchst, wie hier in dem Beispiel auch gesagt, der Frau alles recht zu machen und ihrer Meinung nach dem Mund zu reden und dass sie sich wohl fühlt und deine eigene Meinung hinten anzustellen. Das bist halt auch nicht du selbst, sondern wieder einfach nur eine Verteidigungsschicht, mit der du versuchst, Anerkennung von den Leuten zu bekommen. Und wenn du jetzt meine letzten Videos gesehen hast, dann merkst du schon, dass das einen Zusammenhang hat zu den anderen Videos, den anderen beiden Videos von Samstag und letzten Donnerstag. Wenn du die nicht gesehen hast, schau sie dir unbedingt mal an. Da haben wir nämlich über das Thema Bedürftigkeit und Anerkennung im Flirten und mit Frauen allgemein geredet. Also wie gesagt, diese Verteidigungsschichten sind eine beispielhafte, also ein Beispiel. Deine Verteidigungsschichten könnten ganz anders aussehen, du könntest ganz andere Rollen spielen, könntest andere Verteidigungsschichten entwickelt haben. Das ist wie gesagt nur ein Beispiel. Aber da oben, das ist das Ziel, nämlich du selbst zu sein, mutig, einzigartig, so wie du bist, keine Scheu davor, anders zu sein. Und jetzt kommen wir mal dazu, das habe ich vergessen, eine häufige Rolle ist auch, oder könnte man so allgemein definieren als Anpassung an die Norm, um so zu sein, wie die meisten sind und da mit allen Konfrontationen aus dem Weg zu gehen. Also wenn du so bist, wie alle sind, dann wirst du von den meisten anerkannt. Niemand mag dich besonders gerne, niemand hasst dich. Also klar wird es Leute geben, die dich mögen, aber du polarisierst halt kaum und mit den meisten Leuten kommst du halt gut klar. Du passt dich an die Norm an. Das ist auch eine sehr häufige Rolle. Die Männer denken, sie hätten es schon probiert mit Sei einfach du selbst und es hat nicht funktioniert. Dabei waren sie während der ganzen Zeit nie sie selbst. Also Sei einfach du selbst ist ein guter Ratschlag. Nur das Problem ist, die meisten Männer können das überhaupt nicht. Die meisten Männer sind überhaupt nicht sie selbst. Schon lange nicht mehr. Okay? Wenn sie es könnten, dann wäre es gut. Die Schlussfolgerung ist also, Sei du selbst ist absolut richtig, wenn man es richtig versteht. Das heißt, wenn man versteht, dass man in den meisten Fällen einfach gar nicht man selbst ist, sondern diese Verteidigungsmechanismen, diese Verteidigungslinien aufgebaut hat. Jetzt möchte ich dir nochmal erklären, warum das denn bei Frauen funktioniert, warum das denn so effektiv ist, du selbst zu sein. Wir wollen es mal kurz definieren und das ist nur eine grobe Definition, das könnte man noch weiterfassen. Du selbst, dein bedeutet, du entschuldigst dich nicht dafür, wer du bist. Du stehst mutig für dich ein, also für deine Vision, für deine Mission, für deine Ansichten, für deine Meinung. Du stehst für dich selbst ein. Du hast deine eigenen Meinungen. Viele Menschen haben das überhaupt gar nicht. Die adaptieren Meinungen von anderen Leuten, machen sich aber nie Gedanken darüber, was sie eigentlich selbst denken. Du lebst nach deinen eigenen Regeln. Auch viele Männer überhaupt nicht. Viele Menschen in dieser Welt leben nicht nach ihren eigenen Regeln. Weil das ist anstrengend, das ist schwierig und dann macht man lieber, was andere machen. Das hat nichts damit zu tun, du selbst zu sein, sondern du machst halt irgendwas, was andere machen. Fünftens, du änderst oder verstellst dich nicht für andere Menschen. Wenn die dich nicht mögen, dann ist das okay. Und das bezieht sich natürlich auch auf Frauen. Wenn eine Frau dich nicht mag, dann ist das okay, aber du verstellst dich nicht für sie. Du bleibst du selbst und gehst nicht in eine Rolle, baust nicht einen weiteren Verteidigungsring auf. So und das ist attraktiv für eine Frau, also du selbst zu sein, wenn du du selbst bist, dann ist es attraktiv für eine Frau, weil das gewisse Sachen kommuniziert. Unter anderem folgendes. Du beweist Mut, denn Mut musst du beweisen, um du selbst zu sein, denn du wirst auf Ablehnung treffen. Und mit Ablehnung umzugehen und Ablehnung ins Gesicht zu bekommen, dafür braucht man Mut. Es braucht Mut, für sich selbst einzustehen. Es braucht Mut, nach seinen eigenen Regeln zu leben und sich nicht für andere zu verstellen. Das funktioniert ohne Mut nicht. Wenn du nicht mutig bist, dann wirst du das nicht machen. Du beweist Mut, eine positive Eigenschaft, eine attraktive Eigenschaft. Du bist nicht bedürftig, wir haben in den letzten beiden Videos darüber geredet, denn du bist damit okay, wenn andere dich ablehnen. Also du bist immer dann bedürftig, wenn du das Gefühl hast, oh Gott, ich muss das anderen recht machen und andere Leute müssen mich mögen, dann bist du bedürftig. Aber du bist nicht bedürftig, denn du bist damit okay, dass andere dich ablehnen, weil du halt du selbst bist und dich nicht veränderst für andere. Du bist authentisch. Na, das Wort authentisch hast du sicherlich mal gehört. Frauen mögen authentische Männer. Du bist authentisch. Du bist so, wie du bist. Und warum das wichtig ist, komme ich jetzt gleich zu. Du bist ein Mann mit Ecken und Kanten. Das hast du sicherlich schon mal gehört, dass eine Frau sagt, sie möchte einen Mann mit Ecken und Kanten. Das bedeutet, ein Mann mit einer Persönlichkeit, mit seiner Persönlichkeit, nicht einer aufgesetzten oder Rollenpersönlichkeit, sondern mit einer echten Persönlichkeit, wo man auch mal anecken kann. Deswegen heißt es Ecken und Kanten. Die Frau möchte auch mit dir anecken können. Ja, Konflikte. Und wenn du dich immer anpasst, dann kann auch eine Frau nicht mit dir anecken. Dann hast du keine Ecken und Kanten. Das ist ein weiterer Punkt. Ein Mann mit Ecken und Kanten bist du dann. Du bist ein, ganz, ganz wichtig. Du bist ein Führer, kein Follower. Und da kommt dieses ganze ein Alphamann sein, der Führer sein, der Führer einer Gruppe. Du bist ein Führer, kein Follower, denn du führst ja dein Leben nach deinen eigenen Regeln und folgst nicht den Ideen und Plänen anderer. Du bist per Definition ein Führer. Du führst dein eigenes Leben. Und wenn du dein eigenes Leben führst, dann gibt es auch stark die Tendenz, dass du mit das Leben von anderen Leuten führst. Du führst dein eigenes Leben und du inspirierst andere Leute, ähnlich zu leben wie du. Die sind dann wieder Follower, aber du bist halt ein Führer. Das ist attraktiv für eine Frau. Deine Meinung von dir ist dir wichtiger als die Meinung anderer von dir. Das macht dich vertrauenswürdig und die Frau kann sich bei dir fallen lassen. Weil wenn ich weiß, du wirst dich nicht verändern, nur um es mir recht zu machen, dann kann ich dir halt voll vertrauen. Dann weiß ich, du wirst immer das sagen, was du wirklich denkst. Du wirst dich immer voll kundtun. Du wirst dich immer frei ausdrücken. Dann kann ich dir voll vertrauen. Und das ist das, was die Frau unbedingt will. Ein Mann, dem sie vertrauen kann, damit er der Mann sein kann und sie sich einfach in ihre Weiblichkeit fallen lassen kann. Und dann gibt es da eine ganz schöne männliche weibliche Dynamik. Davon haben wir schon öfter gesprochen. Es macht dich sehr vertrauenswürdig. All das und natürlich noch viel mehr Sachen. Also da könnte man noch viel mehr Sachen aufzählen. Das ist der Grund, warum das so attraktiv für eine Frau ist, wenn du wirklich du selbst bist. Wenn du all diese Schichten durchdrungen hast. Und das ist auch die Aufgabe an dich und auch die Kommentaraufgabe. Nimm dir mal Zeit nach dem Video und überleg mal, wo tust du so als ob? Im Umgang mit Menschen, im Umgang mit Frauen? Wo sind deine eigenen Verteidigungsschichten? Also anders gesagt, nimm dir Zeit und überlege und schreibe das mal in die Kommentare und beobachte dich regelmäßig im Umgang mit Frauen. Wo tust du cooler als du bist oder spielst irgendeine Rolle? Das coole Arschloch, der nice guy, der das der Frau recht macht, der ungefährliche Typ, der seine Sexualität nicht offen zeigt, der super coole Typ, der gar nichts mit Frauen zu tun haben will und über die Sache drüber steht. Es gibt so viele Rollen, die Männer spielen aus Verteidigung. Alles in Verteidigungsschichten. Ja, und wenn du diese Verteidigungsschichten entfernst, dann wirst du mehr Erfolg mit Frauen erleben und, das ist das viel wichtigere, scheiß mal auf den Erfolg mit Frauen, eine viel größere Zufriedenheit mit dir selbst. Und wenn du eine größere Zufriedenheit mit dir selbst erlebst, dann wirst du merken, dieses Ding mit Frauen ist dann auch nicht mehr so wichtig. Weil dann musst du nicht zwangsläufig ganz, ganz viele Frauen haben, damit andere Typen dich zum Beispiel cool finden, weil du brauchst dann halt nicht mehr diese Verteidigungsschicht. Du hast die ja abgearbeitet. Du fühlst dich dann mit dir selbst wohl. Ja, du musst nicht mehr diese Verteidigungsschicht immer weiter ernähren von dem coolen Typen, der mit ganz vielen Frauen schläft. Ich hoffe, das ist nachvollziehbar. Die Rolle ist der coole Typ, der mit ganz vielen Frauen schläft und deine Freunde sind dann so, boah, der ist so cool, den finden wir so cool, die geben dir Anerkennung. Und das findest du halt so geil und du stehst halt voll auf diese Anerkennung und deswegen machst du halt immer weiter und legst weiterhin ganz, ganz viele Frauen flach, damit du weiter Anerkennung bekommst. Und deswegen sind Frauen super, super wichtig für dich und du bist abhängig von Frauen. Du bist abhängig von Frauen und du bist abhängig von der Anerkennung der anderen Männer. So, aber wenn du diese Verteidigungsschichten jetzt abbaust, dann kannst du zufrieden mit dir selbst sein und dann brauchst du nicht mehr diese Anerkennung der anderen Männer. Und dann bist du auch weniger abhängig von Frauen. Ich hoffe, das ist verständlich. Wenn nicht, schau dir das Video einfach nochmal ganz an. Ich schwöre dir oder ich verspreche dir, dieses Video ist ein Video. Wenn du das nochmal schaust und auch mehrmals schaust, ist deine Zeit hier nicht verschwendet. Das ist ganz wichtig und betrifft fast alle Leute da draußen, die hier zuschauen. Das betrifft auch mich. Auch ich bin Work in Progress. Ich will nicht sagen, ich bin der Typ, der es gemeistert hat und ich habe keine Verteidigungsschichten mehr. Kompletter Bullshit habe ich auch, aber du sicherlich auch und deswegen möchte ich dich darauf aufmerksam machen. Schön, dass du dabei warst hier am Donnerstag. Da auf dem ersten blauen Fall kannst du den Channel abonnieren. Unten geht es zur Coaching-Bewerbung, wenn ich dich persönlich auf diesem Weg, deinem Weg zum Mehrerfolg mit Frauen begleiten soll. Und da rechts habe ich ein Video für dich, das ich dir persönlich empfehle, das dir in deiner aktuellen Situation weiterhelfen wird. Schön, dass du dabei warst. Wir sehen uns am Samstag wieder. Bis dahin. Ciao.